hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video und ich dachte mir bestellen noch mal zusammen die steuerzeiten an allein zvierer tsi ein und ich habe jetzt also quasi schon alles abgebaut also nur noch mal für die leute die wissen möchten wie ich das mache ich bin da immer sehr vorsichtig und mache es auch gerne doppelt und dreifach zur kontrolle als erstes braucht ihr natürlich das entsprechende werkzeug ihr braucht eine messuhr und natürlich dann dieses absteck werkzeug für die nockenwelle wie das funktioniert zeige ich euch und das was ich in meinen videos auch immer sage löst nicht über das nockenwellen werkzeug die nockenwellen schrauben ja vergewissert euch auch ob ihr rechts oder links gewinde habt ja bei mainzvierer tsi ist zum beispiel ein nockenwellenversteller links gewinde was ihr dazu wissen müsst ihr braucht auch dann einen drehmoment schlüssel der auf links gewinde funktioniert sonst kriegt das nockenwellenrad natürlich nicht entsprechend fest ich habe jetzt soweit eigentlich alles abgebaut ich zeige euch jetzt wie ich das mache und auf was ihr zusätzlich achten solltet wenn ihr sowas machen möchtet also zündkerzen sind raus hier kommt gleich die messuhr rein hinten kommt auch das absteckwerkzeug rein und hier habt ihr jetzt quasi ja den kettentrieb das heißt hier haben wir links gewinde 10er viel zahnnuss und hier haben wir 24 ganz normales rechts gewinde also auch dabei mal aufpassen wer jetzt hier denkt hey das sieht doch alles noch ganz neu aus ist auch ist aber falsch ja das wird noch mal in einem anderen video passieren und hier unten habt ihr quasi noch die ölpumpe laufen über eine separate kette aber das unten ist so ein doppel zahnrad und was es damit auf sich hat das werdet ihr auch noch mal in einem anderen video erfahren letztendlich geht es jetzt darum den motor so zu drehen dass dieses absteckwerkzeug hier rein kommt ich würde euch aber empfehlen nicht ganz dahin zu drehen sondern ihr müsst ein bisschen aufpassen wenn ihr nicht zu 100 prozent gegenhalten könnt dreht sich das jetzt hier alles ein bisschen mit und dann bricht euch nachher das werkzeug kaputt beziehungsweise die nockenwelle ich habe hier die kerzen raus gemacht habe das so ein bisschen abgedeckt damit wir hier hoffentlich sehen können so wie allerdings erst ein bisschen vorziehen so und ich hoffe mal dass wir das jetzt ein stück da da geht es schon in die andere richtung ich hoffe mal dass wir das werkzeug so rum kommt es rein ja solltet ihr auch aufpassen so rum kommt es rein und jetzt drehen wir mal die den ganzen saloon rein machen können und das ist eben das wichtige daran sonst passiert da einfach eine sache die noch ein stück zurück das ding ist also wirklich ganz genau da rein ja noch ein stück zurück ihr seht das ist kann ein bisschen fungel kram sein aber es hilft nichts jetzt ist das werkzeug ganz drin zeige ich euch und jetzt könnt ihr natürlich hier schon auf das andere werkzeug rein machen das ist quasi hier das um den ersten zylinder auf ot zu stellen das heißt ihr braucht da auf jeden fall eine messuhr sonst habt ihr keine keine chance so genau kriegt man das jetzt hätte ich gesagt mit anderen werkzeugen wenn wir alles richtig gemacht haben steht er also quasi auf dem obersten totpunkt es kann sein dass der natürlich durch die kettenlingung verstellt ist so was haben wir hier so das ist soweit fest können wir lassen da ihr wahrscheinlich immer mit dem werkzeug verrutscht würde ich empfehlen beim nockenwellenrad das werkzeug raus wie man das dann später wieder dran macht das zeige ich euch gleich aber wichtig ist erst mal dass ihr nicht über das werkzeug löst noch mal eine andere muss nehmen und dran denken dass es links gewinne ist ja also hier ganz rein und jetzt müssen wir natürlich lösen das heißt hier gegenhalten auf der einen seite und lösen auf der anderen seite so die ist fast los also dauert nicht mehr lange so ein bisschen klemmtutze noch das ist das was wir erreichen wollen und das machen wir das ganze jetzt hier natürlich auch dafür braucht ihr dann eine 24er los verlängerung genommen und jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen dass sie da exakt gegen halte perfekt so ist jetzt noch nicht ganz los aber ist egal so muss das ganze sein es kann also sein wenn er das erstmalig auseinander nimmt die kette ist gelingt dass sich das werkzeug hinten gar nicht rein bekommt ohne dass sie einen rad wenigstens löst dann müsst ihr es erst lösen dann das werkzeug rein machen geht also auch aber ihr müsst schon aufpassen dass über motor durchdrehen nicht einfach dann aufsetzt so das heißt und kurbel werden schraube ist ja schon los weil wir das gehörse abgemacht haben das heißt wir können jetzt hier ganz normal das gibt werkzeug hinten rein stecken wir haben jetzt hier so gut gegen gehalten dass das werkzeug wieder rein und raus geht das ist also ganz wichtig und jetzt könnt ihr zwei unterschiedliche sachen machen als erstes den kettenspanner rausnehmen in dem fall ist das jetzt das einfachste weil dann sind natürlich hier die schienen alle los weil da seht ihr da unten und wenn ihr den los habt dann habt ihr natürlich jetzt hier auch viel viel mehr möglichkeiten das ganze entsprechend abzubauen ihr könnt ihr zwar nicht sehen aber hilft nichts ich muss jetzt hier eben mal dass die mir fertig machen das heißt hier ist die schraube los und der kettenspanner ist also mit zwei schrauben fest und torxschlüsse brauchte dafür damit das ganze entsprechend raus geht so ihr könnt ihr natürlich auch zurückdrücken das geht ihr könnt ihr natürlich auch machen hier ist das jetzt egal das ding kommt eh neu so zwei schrauben ding ist raus das was ihr als nächstes abmachen müssen das kugelnrad das hatte ich ja noch dran gelassen damit ich den motor von unten drehen kann jetzt hoffe ich dass ihr das erkennen könnt jetzt schwabbelt das alles schon hier so rum ne kette ist schon ganz lose das heißt wir können jetzt das rad abmachen und können den kettentrieb jetzt quasi wechseln natürlich dass wir den kettenspanner rausgaben also das ist jetzt kein spiel sondern wir können jetzt ganz einfach alle komponenten erneuern da wir die schrauben schon vorgelöst haben kann uns jetzt hier erst mal nicht mehr viel passieren ja wie viel passieren dass wir das werkzeug hinten kaputt machen oder mit dem werkzeug die nockenwelle kaputt machen und können jetzt hier ganz einfach quasi das auslassrad entsprechend abmachen und dann könnt ihr praktisch alle sachen entsprechend umbauen so wie ihr den satz natürlich gekauft habt ihr habt eben so viele verschiedene sätze und kaufoptionen da müsst ihr selber schauen wenn ihr so kurzsatz nimmt am gibt ja sätze da ist ja nur die kette drin und der kettenspanner und vielleicht noch die gleitschienen da braucht ihr fast die ölwanne nicht und abbauen ich mache aber hier immer alles neu obwohl diese sätze natürlich schon eine menge kohle kosten aber das natürlich auch dann auch der nockenwellenversteller drin da sind alle schrauben mit drin und so weiter und so fort und da ich da schon immer sehr darauf achte dass das ganze wirklich hier erste sahne ist und dass derjenige mit diesem problem nicht mehr hinkommt kann man natürlich dann schon verstehen dass man sagt hey das ist aber vom preis her schon unterschied natürlich ist es das denn wenn du so nockenwellenversteller noch hast nämlich schrauben noch hast noch dichtung hast ist das natürlich was ganz anderes also wenn du nur sagst ach komm die dichtung wird schon mal halten die wird auch noch mal ein zweites mal dicht werden und dann machst du deine gleitschienen und dein dein kettenspanner neu und die kette ja aber hier machen wir alles neu hier haben natürlich schon vorher gelöst gehabt das heißt ja also das bisschen könnte schon über das werkzeug gehen aber trotzdem würde ich euch immer empfehlen die sachen vorzulösen jetzt brauchen wir den nockenwellenversteller ab und dann können wir die kette schon rausnehmen von die gleitschienen schon raus die könnt ihr einfach so zur seite abstecken her und aus dem haus hier müsste ein bisschen drauf achten hier ist noch so eine hülse drauf dann müssen wir auch schauen ob die beim neuen satz dabei ist oder ob wir die umbauen müssen das ganze stecken wir natürlich jetzt auch mal wieder so hier rein so jetzt haben wir alles ab jetzt können wir natürlich auch hier das kubbelnrad abmachen und mit der ölpumpensteuerkette ja also das kommt bei mir auch neu und ihr seht die nase dafür ist auch unten an der kubbelwelle eine aussparung das passt also wirklich nur einmal so wie ihr sehen könnt hier ist die aussparung können die fürs kubbeln zahnrad und jetzt kommen wir hier auch die bolzen umbauen wenn neue dabei sind bei manchen setzen ist das der fall und natürlich auch hier die neue dichtung drauf machen und dann könnt ihr erst mal alles soweit wieder ansetzen gleitschienen drauf und dann erst mal alles hier oben so wie es erst mal sein soll erkennen aber jetzt können wir das rad wieder drauf machen ganz rein rasten da hinten da ist praktisch diese diese gegenhut ich hoffe ihr könnt das erkennen und bauen jetzt erst mal unten wieder den ölpumpenantrieb zusammen und jetzt könnt ihr die kette schon mal wieder grob hier oben drauf legen unten ist jetzt quasi einmal draufgelegt so mal eben hier damit sie nicht runter fällt weil steuerzeiten müssen wir jetzt gleich natürlich noch entsprechend einstellen so ich mache dann jetzt erst so die ganzen spannschienen hier wieder rein also so wie sie das alles so quasi gehört dann müsst ihr auch ein bisschen aufpassen das passt an sich alles nur einmal hier drückt zum beispiel der kettenspanner drauf also kommt das natürlich dann auf diese seite könnte hier so drauf legen was hier drauf und dann kann die andere natürlich nur auf der auf die andere seite passen ja auch die passt nur einmal da braucht ihr auch keine bedenken haben die kette natürlich jetzt immer noch los hier rum aber es macht nichts denn als erstes müssen wir natürlich das ding hier entsprechend die schienen rein machen dann haben wir nämlich das problem dass im nachhinein geht das nämlich sehr schlecht so das haben wir auch drauf und jetzt können wir quasi auch hier erstmal grob die räder ansetzen ja also die bleitschienen sind jetzt drin jetzt setzen wir die räder an bei diesem nockenwellenversteller war auch hier ein neuer satz so ein neuer bolzen drin den machen wir natürlich auch ein und jetzt können wir natürlich die räder drauf machen in diesem fall gibt es jetzt da keine feste position das heißt einfach hier vorsichtig drauf legen und dann hier vorsichtig drauf setzen das ganze muss natürlich alles so ein bisschen leichtgängig sein sonst stimmt ja in der regel irgendwas nicht ihr könnt die räder nach und nach drauf machen theoretisch mache ich jetzt das letzte rad darauf also wie gesagt den ketten spanner noch nicht rein machen der kommt nämlich ganz zum schluss so was haben wir auch ein bisschen bewegung ist da natürlich immer irgendwie drin und jetzt können wir hier das ding auch drauf machen passt auch nur einmal ein bisschen aufpassen dabei und dann könnt ihr das theoretisch anschrauben erst aufs zahnrad und dann quasi anschrauben dann habt ihr das ding jetzt erstmal so grob stehen und bis auf den kettenspanner habt ihr jetzt quasi alles drin und die schrauben erst mal bis bis zum anschlag könnte die schon festziehen aber nicht wirklich festziehen weil wir müssen dieses spiel hier gleich haben um gleich noch die steuerzeit anzustellen ihr seht hier hinten ist das werkzeug drin ich kann beide sachen jetzt hier so drehen so ist das auch richtig das heißt ich mache jetzt als nächstes die kettenspanner rein der kommt nämlich zum schluss also das ganze aus wir sind unten wichtig ist dass das rad wieder richtig in der verzahlung steckt theoretisch haben wir alles zusammen wir können also quasi jetzt hier das ding raus ziehen so und haben hier die schrauben nur vorgezogen das heißt wenn ich jetzt an der kurbewelle drehe kann ich den ganzen samoni natürlich oben noch mit drehen das ist aber nicht schlimm weil wir müssen jetzt erstmal hier über die messuhr gleich den oberen totpunkt suchen dafür müsst ihr allerdings die schrauben so weit vorziehen also anziehen nur dass die sachen davor gedrückt werden aber nicht festgezogen werden das heißt wenn ich jetzt gleich die kurbewelle riemscheibe rein mache dann kann ich jetzt hier drehen der kolben geht rauf und runter und das werkzeug ist noch quasi hinten drin heißt um jetzt gleich die steuerzeiten sauber einzustellen ich jetzt eben das kubbewellenrad wieder aufmachen weil ich dann natürlich nachher dran drehen möchte und das sollte natürlich dann auch erstmal wieder da reinkommen könnt ihr auch nur handwarm festziehen es geht nur darum dass wir den motor natürlich auch gleich durchdrehen können das solltet ihr mehrfach machen das heißt die nockenwellen sind jetzt wirklich mit dem werkzeug verbunden die messuhr ist quasi hier mit dem mit dieser geschichte hier verbunden und jetzt können wir quasi die kurbewelle so weit drehen bis der zeiger sich wieder umschlägt denn dann geht der kolben ja wieder runter ich habe jetzt unten da den schlüssel auf der ringscheibe und ich versuche euch jetzt mal so festzuhalten aber das wird mit einer hand echt schlecht gehen aber gucken wir mal ob ich das hinbekomme das heißt ich drehe jetzt links rum der kolben geht jetzt wieder runter jetzt gehe ich hoch aber ich bin kein linkshänder so zack und jetzt habt ihr gesehen jetzt geht es geht er wieder runter das heißt in dem augenblick wo er still steht das schlüssel abgerutscht so schlüssel wieder drauf bin ich mal gespannt ob ich es jetzt hin bekomme haben wir ganz genau weil hinten steht das werkzeug noch drin so jetzt geht er wieder runter und es ist andersrum drehen da geht auch wieder runter das heißt ich bin hier auf dem stück genau auf ot ihr braucht deswegen eine messuhr weil ihr natürlich ja schon ein zwei drei grad drehen könnt ja und an der messuhr tut sich natürlich fast überhaupt nichts deswegen musste das schon ziemlich genau machen und nur mit dem schraubendreher habe ich mal gehört haben das wohl auch schon leute gemacht ich weiß nicht ob das so geil ist das werkzeug kostet jetzt auch wirklich nicht viel kohle und ihr solltet schon bei den steuerzeiten wirklich anständig damit umgehen das was ich jetzt mache ich habe das werkzeug ja hinten drin das heißt nockenwellenseitig stimmt da noch kurbelwellenseitig haben den ersten auf ot ich kann jetzt die räder festziehen jetzt solltet ihr wissen sind das den schrauben und die den schrauben sollte man natürlich nur einmal verwenden ja ich kenne leute die verwenden das auch mehrmals aber ihr müsst jetzt eins machen ihr wollt das ganze kontrollieren bzw sicher gehen dass sie die steuerzeiten auch entsprechend vernünftig eingestellt habt das was ich dann jetzt immer mache die schrauben muss ich gleich mal gucken kriegen glaube ich 40 und 90 grad und die eigentlich 50 und 90 grad ich drehe sie dann jetzt erstmal mit dem vorgeschriebenen drehmoment fest außer die 90 grad warum mache ich das weil wenn wir jetzt fest ziehen und wir ziehen jetzt gleich voll fest und später wenn wir einmal durch gedreht haben was das ja alles noch mal setzt kriegen das werkzeug nicht mehr rein dann haben wir die schrauben aber schon über die streckgrenze gebracht so kann das nicht passieren das heißt erstmal den newtonmeter wert den nockenwärmversteller 50 und das normale rad kriegt 40 und dann können wir den motor einmal durchdrehen und können sicher sein dass wir die steuerzeiten richtig eingestellt haben denn wenn wir dann die 90 grad drehen dann verstellen wir nichts mehr so jetzt können wir das ganze erstmal hier so ein bisschen vorziehen so jetzt haben wir vorgezogen und jetzt müssen wir natürlich entsprechend mit dem werkzeug gegen halten perfekt hat der mich ja keine kraft mehr oder was es geht natürlich los den motor einmal durchzudrehen die messuhr könnt ihr drin lassen da passiert nichts aber ihr müsst natürlich jetzt den motor wirklich ein zweimal rumdrehen dass sich die kette auch wirklich setzt dafür stelle ich euch jetzt mal eine seite dann komme ich dann mit der ratsche drauf das heißt hier stehen wir auf der messuhr auf dem umkehrpunkt und hier geht das werkzeug ein mann frei rein ja ich mache dann immer noch ein bisschen öl auf die gleitschiene und auf die kette das mache ich aber gleich ihr müsst natürlich das ganze jetzt noch mit 90 grad nachdrehen das mache ich jetzt ohne euch aber theoretisch war es das schon wie gesagt ich würde euch nicht empfehlen die viertel umdrehungen zu drehen wenn ihr nicht wirklich sicher seid dass die steuerzeiten stimmen in dem fall haben wir das jetzt gemacht dreht den motor ruhig drei vier mal durch da setzt sich immer mal was und so könnt ihr wenigstens sicher sein dass das ding dann später auch läuft eigentlich kein hexenwerk ihr müsst natürlich genau arbeiten ihr müsst wirklich ganz genau schauen ein werkzeug und absteckwerkzeug wird auch nicht reingeschlagen oder sonstige sachen das muss schon einigermaßen vernünftig reingehen was heißt einigermaßen vernünftig aber sollte schon schon so reingehen dann braucht ihr eigentlich alles in umgekehrter reihenfolge wie es so schön heißt wieder zusammen okay ich sage letztendlich vielen dank fürs zuschauen bis denne ciao 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 ciao